Hallo meine Freunde und jetzt kommt's weiter hier mit unserem Let's Play und ja... Oh nein... Ich mach ihn fertig. Oh der ist schnell, komm schon, du machst ihn fertig. Was steht da? Dann? Keine Ahnung was ist schlecht, keine Ahnung. Genug von diesen Sonnenblumen. Cool! So, lu lu lu. Alles klar, du hast ja. So, jetzt abgehen, abgehen, ja. Zack, Werner ist. Und dann hier, ähm... Okay, da oben ist jetzt nicht so nice. Aber das ist einfach mal... Macht die jetzt fertig. Hier. Okay, das wird mir so gut. Ähm... Ja, alles weiter. Um. Ich habог ни. Heu�! Sofia. Ja, ich hab sie sehr gefl mut. Ich hab dich le Junge auspacken. Sicherhin schlauere ich mich für die Welt zu hoch ich bin so tot jetzt müssen noch viele Spiele kommen jetzt kommt schon Alter Schwede jetzt geht ab jetzt hier tot, 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 ich bin einfach so ich hab noch so... so keine Ahnung ich bin alles zu lieben sie kommen es müsste eine Pflanze die man sie können es gibt hier noch richtig viele Pflanzen hast du schon mal Hau den Zombie gespielt? Nein habe ich nicht ist genau so als würde man einschalten du hast schon diese wuscheligen Kleinlager die Läscher in den Graben würde genau so nur wie das keine Einschalten der man Zombie ist und es klappt das sind halt Zombies gell und statt einer Schaufel gibt es ein Holzhemmer und statt nur Hausdäsen da will ich dich auch Platz haben das ist geil ach so wofür Wofür und das ist doch völlig ja ist doch sehr geil es ist mir zu holen Koppel ich habe sowieso dass diese Kulte noch kommen wo es nicht mehr um 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 Und dann... Peng! Peng, peng, peng! Oh, wuuu! Ich verrägt alle. Oh, ich habe vieles an, wenn er kommt. Das ist voll geil. Alles klar. Ich bekomme jetzt noch also 2x5 mehr. Ich bekomme jetzt noch zwei mal die Hand mehr. Alles klar. Alles klar. Das kriege ich schon hin. Hab ich. Oh, was ist, wenn ich jetzt dieses Wort fallen kann? 1, 1, 1, weiter. Oh ja, jetzt haben wir irgendwie so eine Bombe. Aber jetzt darf ich jetzt immer noch.